Salsa Salsa verbindet. Und zwar nicht nur uns. Mittlerweile vereint der fröhlich und vielseitig Tanzstil jung und alt aus dem In- und Ausland. Als wir Salsa Olé im Jahr 2006 am neuen Standort an Querberingen eröffnet haben, war das genau unsere Idee. Salsa Olé sollen Treffpunkte für alle sein, die Salsa lernen, üben oder ausleben möchten. Wir tanzen und unterrichten jetzt schon seit über sieben Jahren jeden von den drei weltweit populärsten Salsa-Stille leidenschaftlich gern. Salsa Cubana, Salsa Puerto Riquenia und Salsa New York Style. Typisches Merkmal von kubanischen Salsa sind die dominierenden Perkussionsinstrumente. Dadurch ist die Musik in sich schon sehr mitreisend. Tanzt wird im Kreis. Das zweite oder wie der Rueda de Casino mit mehreren Tanzbaren. Wie letzterem werden die Tanzpartnerinnen immer wieder auf Kommando gewechselt. Bereits mit wenig Tanzerfahrung hat man dabei grossen Spass. Die beiden jüngeren Stille Salsa Puerto Riquenia und Salsa New York Style sind vielleicht ein wenig anspruchsvoller und technischer. Dafür lähen sie viel mehr Freiheiten in Sachen Kreativität, Ausdruck und Interpretationen zu. Tänzer bewegen sich dabei immer auf einer Linie. Eleganz und Stil, insbesondere von der Frau, spielen dabei eine wichtige Rolle. Ganz egal, welcher der drei Tanzstile dein Favorit ist, sie sind alle lernbar und wir bringen sie dir bei. Täglich findest du bei uns Kurse in der diversen Stile- und Kursstufe. Bei unseren regelmässigen Tanzabenden hast du zudem die Möglichkeit, das Gelernte zu üben. Ganz ungezwungen im gemütlichen Ambiente und zu deinem Lieblingsdrink an der Bar. Die Reisen und die Events, die wir immer wieder gerne organisieren, sorgen meistens für unvergessliche Erinnerungen. Egal, ob du bei uns Salsa lernen, üben, ausleben oder einfach als Show-Einlage in deinem Event geniessen möchtest, wir freuen uns auf deine Anfrage und deinen Besuch. Hasta pronto Salsa New York!